Darf gar keiner, außer ich. Sagt wer? Ich. Beschärfe. Komm gleich mit meinem Baseballschläger vorbei, ja? Komm doch, dann banne ich dich vom Server. Komm gleich mit meinem Baseballschläger vorbei und dann banst du mich vom TS, ist klar. Sag mal so, du hast schon mal einen Bann gekriegt, warum wirst du? Ja, ich weiß warum, weil du schicke Seiten gesandigt gekriegt hast. Ja, von dir. Die interessieren mich nicht. Ja, richtig schicke Seiten. Die interessieren mich nicht, wie gesagt. Wenn du darfst mich nicht als bekloppt einstufen, müsstest du mich als verrückt einstufen. Psycho? Nein. Sag mal so, wenn ich sowas höre, dann könnte ich mir schon mehr mal vorstellen. Ja, Klaps, du warst. Ich bin hochgefahren. Cool, cool. Wann musst du denn über... Oh, trocki. Noch 60 Kilometer. Wo bist du jetzt? Ich dachte, du bist abgebogen. Bitte? Bist du abgebogen? Ja. Ja. Ich bin geradeaus weitergefahren. Ich bin geradeaus weitergefahren. Kuchensohn! Du Kuchensohn, alles klar, merk ich mir. Es ist keine Beleidigung. Es ist keine Beleidigung. Kuchen ist schön und so und ist auch schön. Also. Hast du mich nicht gesehen? Nee. Nee. Niemand schafft das hier. Niemand. Ich bin geradeaus weiter. Ja. Ich bin schon wieder Vollgas, Rocky. Ich auch, 95. Ich bin schon wieder bei 110. LOL. Ich hab nur gesehen, du hast einen Blicker gesetzt. Ich hab einen Blicker gesetzt. Ab da runter, weil mir doch ein Stress ging. Ja. Ich bin da hoch. Also ich bin da runter. Aber ich bin geradeaus weiter und schon abgebogen. Tja, so kann man Leute verarschen. Er kriegt mich nicht. Er kriegt mich nicht. Vor allem im Konvoi. Der Walvo-Konvoi. Du hast einen Blicker rechts gesetzt. Ich bin rechts abgebogen. Naja. Ich bin auch rechts runter. Aber ich bin geradeaus durch. Du konntest doch da durchfahren. Loll. Ja, als du abgebogen bist, hab ich dich lieber gesehen. Weil bei mir Regen und Regen und nichts mehr sehen. Und ja. Na, bei mir ist der Regen schon lange wieder aus. So, ich bin jetzt... Oh, mal hoch. Loschen. Ich bin jetzt gleich ein Kalle. Jetzt müssen wir in die nächste Abfahrt runter. Ich brauche hier. Eieieiei. Da geht's nach Boxley. Da will ich auch nicht hin. Ah. Bitt ja schon drauf. Pimpler. Wer ist denn bitte Pimpler? Ja, kenn ich nicht. Rückenfranzose. Ist die aber auch nie gekommen, ne? Weil ich seh die auf der Tab. Aber gleich bist du gleich. Wenn ich wieder Vollgas gebe. Das wird dann auch nix hin, an welchen Designfindung bleiben. Also ich weiß auf jeden Fall eins, sonst weißt du hier abgefahren bist. Ja, bin ich auch. Ja, du entfernst dich wieder von mir deswegen. Muss ich nur überlegen, bist du links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Ali, links. Pollo. Und da ist kein Leo auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehe ich dich auf der Tab. Ich dich auch. Und da kommt ein Blitzer. Da bin ich schon vorbei. Ich muss nach LKW. Das ist schön. Ich muss nach Werkstatt. Der ist über Rot gefahren, der Typ vor mir. Vielleicht ist doch nicht mein Problem. Sofern nicht zu viel. Aber heute muss ich das auch nicht bezahlen. Hab bloß so'n Gefühl. Du, dass ich jetzt hinter dir zum Stehen komme. Ja, ne, ich muss zur NBFC. Erst mal mein LKW zu Ende aufrüsten. Das sieht scheiße aus. Ah, und die Garten muss man auch. Fynn... Das ist schon ein Blick. Derится... ...und die Garten muss man auch aufnehmen. ...und... 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 Du, schnuell... ...und... ...und... Untertitelung des ZDF, 2020 Fertig 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 Fertig